Holy fuck! Wir müssen hier weg. Hitch the Water Task Cancelled. Was haben wir jetzt in unser neuer Task? Pass mich rein. Find yourself. Äh, Tür zu und... Glücklich werden, oder? Haha. Ich bin in Georgetown, Tanua für ein paar Tage. Die Stadt sind in der Region. Der Stift hat eine komplett-durchsend-durchsend-durchsend-durchsend-durchsend. Terrorisiert von einer kriminalen Gang, die Syndicate, die Horizon Islands' unter-eckte Gendarmerie haben lange lange gebrochen. Drei von einer starken Räumen der Stift, die Syndicate auf den Chaos-durchsend haben. Okay, wir beginnen. Was ist die letzte? Wir haben definitiv die Hornets-Nest. Das ist nicht das, was wir? I guess we're just taken aback by how many of those little fuckers came crawling out. So, as you can see, traffic's increased massively. We've been filtering out any actionable intel and got a few decent hits. Details? Mostly confirmed our previous knowledge. Very dispersed structure. Lots of people expecting hardware deliveries. Lots of egos to smooth over now. Warlock must have a lot on his plate. Yeah. Many demand a response. They want to hit the multinationals. Who? Daltgreen? Sure, and the rest. Everyone's a target. Anything concrete? Not exactly, but intel points to a high-level meet. Warlock. Looks like it. Bluecap provided a location. Can you bring it up? One sec. Compound's here, east of this remote village. We have assets en route to the area now. Their insertion should be here. What's the execution? This is a snatch and grab. Sounds simple. What about NATO support? We're talking about inner circle leadership here. Ex-paramilitary types. They'll spook, easy. Small strike team's got a better chance of getting the job done. We'll get in and out with our boats. Your call. I'll connect the feed. Watchtower, radar 1, radio check over. Workable, wait. Just clicking on now. That's me, set up at the blocking position. Radar 2 is ready to move on Warlock now. Over. Roger, when you're happy, step off. Out. That's in your core, radar 2. Okay. Alles klar. Also, wir gehen rein. Knallen die ab und verziehen uns wieder. Ja. Weil die böse sind. Ja. Ähm. So, jetzt erst zu Riker oder? Oh Gott, jetzt bin ich blind. Achso, ich hab... Okay. Okay, wir können. Du bist jetzt Team Leader. Ich bin Team Leader. Oh Gott. Ich hab nicht aufgepasst. Wir haben es aufgewacht. Okay. Ähm, wir holen uns Warlock. So. Go. Ich bin nicht so der Stratege. Ich bin grad von der Polizei gekommen. Ich geh mal auf Thermalsicht. Ach stimmt, wir haben Thermals. Ja. Naja. Nicht zu sehen. 260 Meter ist natürlich jetzt ein bisschen... Hm. Sehr nah, ne? Ist hier irgendwas? Bist du... Du bist hinter mir? Ja, ich bin so grob hinter dir. Ähm. Ich würde sagen, wir sollten uns dort Katern ein bisschen längs versetzen an die Zunge von dem Wald dran. Hm, klingt gut. Oh, so ein sternklarer Himmel. Schön. Ich stecke in den Busch fest. Ich seh da vorne gar nichts. Also wir schnappen uns den, wir töten den nicht. Hab ich richtig verstanden. Du weißt es nicht? Ich hab verstanden, ähm... dass wir reingehen und uns ihn holen. Warte, ich check nochmal die Auftrag. Oh, tschüsse. Ups, tschuldigung. Nicht was. Capture. Ja, nee, wir müssen den fangen. Okay, wir haben drei Gebäude im Zielbereich und... Mehrere Gebäude. Das wird ja großartig. Das ist der falsche Knopf. Ja, wir sind schon auf dem höchsten Fleck, ne? Ja, wir sind schon ziemlich nah dran. Ähm. Ja, wir können doch vorne links auf die... zu den Bäumen hin. Also ich seh Feinkontakte. Einen. Okay. Richtung. Also ich seh ein ausgebranntes Auto. Mir gefällt es überhaupt nicht, wo wir sind. Oh, ja. Positiv. Direkt geradeaus. Ja, mehrere Feinkontakte mittlerweile. Drei Stück. Drei Stück. Okay, wir machen was. Hier haben wir keine Deckung. Hier ist scheiße. Muss man zu den Palmen zurückfallen, dann haben wir ein bisschen Deckung. Bleib auf jeden Fall unten. Rechts von uns ist es auch noch wer. Okay. Dreck geradeaus sind jetzt zwei, kommen es aber glaube ich nicht in Ehe. Drei. Ach du Scheiße. Äh. Ja, Ameisenhaufen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Momentan. So, mal gucken, ob wir das Feld weiter reinkommen. Und uns an den vorbeischleichen können. Oh, das ist gut, das wird nicht plattgetreten durch uns. Ich will echt aufpassen, weil geradeaus einige sind. Ähm, ja, willst du hier in ein Gebäude reinschleichen? Da sitzen wir aber in der Falle. Mhm. Wieso stehe ich auf? Ja, wir gucken, müssen wir erstmal hier Vorlog identifizieren. Hm, positiv. Gefällt mir nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt sehe ich mir momentan nur noch ein, zwei. Nein. Aber hinten müssen wir hin zu 88, ne? Positiv. Das ist eins der Gebäude, das markiert ist. Es ist ja auch nicht sicher, dass es in dem Gebäude ist. Aber wir können versuchen, hier durch das Feld zu den Bäumen darüber zu kommen. Da haben wir zumindest theoretisch Deckung. Wir haben links Bewegung von uns, äh, rechts von uns Bewegung, ne? Ja, das ist mir bewusst. Ich stoße mir ständig das Knie und gehe in die Hocke, das ist nicht so klug von mir. Wir sind das Regenwurm-Kommando. Schon wieder. Ach, loco, loco, loco. Dass ich noch lebe. Oh, fuck. Oh, Stockholm. Infanterie, Kontakt, Maschine-Gunner. Kann ich bitte aufhören rumzubrillen, das wäre super. Ähm. Wer uns hier nicht sieht, ist betrunken. Wow, wow, wow. Ich hab Straßenseite gewechselt. Ja, ich muss einen kleinen Moment warten. Es gab ja zwei Leute. Ja, sollen wir direkt zum Ziel hingehen und uns das Gebäude als erstes ansehen? Das scheint, der Track können wir uns da drin auch verschanzen. Kommen die näher? Ne. Wir sollten weiter oben rumkommen. Ja, ich komme mal rüber, grabt. Weiter aus Richtung Norden. Ja. Baumstamm leuchtet durch die Nacht. Nachtsichtbaumstamm. Ich bin schon ein bisschen beschränkt, dass ich mich ständig hinsetze, oder? Mhm. Ich mag's gefährlich. Passiert zu wenig. Wie bewegt man sich im Arm am schnellsten vor Ort im Liegen? Genau, Rollen. Ja. Aber ich muss tatsächlich grad mal warten, und ich bin ganz gut erschöpft durch das Rollen. Ich hab ähm Sicht auf einen Mann in der Tür. Mhm. Aber ich kann nicht identifizieren, wer das ist. Sieht aus wie ein Gefangener. Okay. Ja, vielleicht können wir die Sache auch ein bisschen, ähm, Stealth lösen hier. Ja, lass uns mal vor zu dem, äh, Otto-Frack. Was war, h? Bin aufgestanden. Achso, h? 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 Okay, zu dem Weg, oder rüber. Oh, Mann. Wieso noch so... Bist du da in der Tür? Jungherrn. Positiv. Warte mal, ich hab da einen Rage-Fan oder nicht. Ja, eindeutig ein Gefangener. Ob der noch lebt, kann ich dir nicht sagen. Mäb, mäb. Warum rennst du gerade, Alter? So, du rollst dich. They see me rolling. Das ist aber ganz schön, ähm, ermüdend. So, ich steh erstmal auf. Jetzt ran ans Gebäude, ne? Ja, warte, ich muss hier mich erst wiederholen, sonst treffe ich den Scheiß. Ich steh schon mal auf Full Retard. Oh, direkt, direkt von rechts, rechte Flanke des Wagens, sind zwei Leute sie jetzt. Ja, aber guck nicht in unsere Richtung, oder? Doch, geht genau aufs Auto zu. Oh. Ähm. Oh, oh. Warte, warte, bleib stehen, dreht um. Dreht wieder um. Eieieiei. Wie sind die Fieberkadi gesoffen, die Jungs hier? Jungherrn, bewegt dich. Ist besser für dich, Alter, ist besser für dich. Okay, die hauen wieder ab scheinbar. Ja, das ist einfach ihre Patrouillenroute. Ja. Okay. Ja, ich still mich hin. Ich bin an die Wand gerollt. Okay, geh nicht rein. Ist da noch jemand? Genau gegenüber ist die Tür offen, ne? Sieht nicht gut aus, wenn es wir uns so sind. Nicht mehr gehört. Out. Radar 2, be advised. We've lost comms with Radar 1. Be careful. Out. die russen wie sie genau gucke ich auf mein handy während ich rumliege auly fack du bist hier weg das kennst du was haben ist unser neuer task mit dir zu und wirklich werden ja warte ich schließe hier bisschen tür ja ok ja großartig so ich denkst du die tür durch die wir reinkommen ja das kann ja kuschelig werden von mir sind nur feinde die russen die kommen ist doch überall fenster in dem bau wieder davon aus und sie haben thermalschutzkleidung kontakte habe ich außer dem feuer und dem toten müssen wir jetzt einfach ausharren eine zeit lang oder müssen wir jetzt alle weg mähen ich habe keine ahnung was wir machen müssen wir werden auf jeden fall beschossen positiv die ist hier schon rein naja ich bleibe in bewegung ich versuche was zu sehen ich glaube den habe ich hübsch so will ich das kannst mir eins erklären wieso sind wir vom bonholm weggegangen weil bonholm zu sicher war langweilig ne ähm ich vermisse meinen mann hast du neidfischen an die haben eher laser glaube ich an hab ich es nicht an aber jetzt habe ich es an was war das das kalt eindeutig uns das hat sich nach was größerem angehört ich öffne mal meine tür draußen sehe ich laser in richtung 110 rausgegangen da war ein laser um die ecke ich kümmere mich mal drum ich kümmere mich mal drum ob du da was siehst wir sind so quer durchs dorf gegangen die laserchen sollen wir mal in ein anderes haus gehen? ja ok ich mach Tür zu jetzt hat mir kalt ja 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 die kommen eindeutig vorn richtung äh äh osten ich hab da aber auch keine ziele ich hab da aber auch keine ziele bei dir was mich mal interessieren würde wäre einfach ob die ähm ob die wachen die vorne herum gestreut hat sind jetzt noch da sind oder nicht? ja die dürfen noch da sein ich habe mich jetzt kaip und umgelegt der okay jetzt wird wir haben zwei allied feinde ja du liegst aber ich sehe den feind nicht ja ernsthaft hast du ihn gefunden? ne ich bin down ja ruhig spawnen kümmer mich bei ihm drum den einen er hat mich entdeckt ja hab ich gemerkt links kommt von links kommt dazwischen den gebäuden ist ein laser ich sehe aber noch nicht in welche richtung ah ok jetzt ziehst du dir hin den habe ich dir mich auf der locken gelichtert sehr gut bin bei dir ist noch keiner ja er hat mich ja hast du gesehen wo ich hier geguckt habe? ja er hat auch einen laser ich sehe den da nicht du bist ja auch unter dem haus her gucken und sehen können ne der ist noch ein bisschen weiter rüber glaube ich ok ich bin gestorben ja ich bin gestorben so ok ja also nicht gut aber weiß schon ja ich hab ihn gesehen ja bleib beim leben ich hab nur 18 Sekunden einer down das war aber nicht der den ich meinte glaube ich nein der hat auch keinen laser ich sehe den lande mit laser also ich sehe seinen laser aber ihn sehe ich noch nicht mhm also ich muss auch sagen ich liebe meinen neuen prozessor das ist geiler oder? wow ja genau in der guckrichtung ist er da ist ein pick up ich renne mal hinter den ich geh von meiner alten position nochmal ran der tot der auf der straße liegt ja glaub wir haben getradet damals gerade ne ich hab eben noch die ähm noch laser pointer der geht noch ein laser pointer durch die gegend ja aber der kommt von weiter weg aus richtung ähm genau aus richtung aus 68 die straße runter ne 68 sehe ich was ja die straße runter sag ich ja wo? ich schieße mal zum ursprung hin von dem laser pointer ja und der zuckt auch und hat jetzt aufgehört laser zu pointen also man darf ja noch träumen mhm jo hübsch ich will dein ohr als Trophäe ja ja du du w Sollte ich mich nicht sagen, wir haben alles, was du hast? Was hast du gedacht, dass wir sie alleine können? Es war dein Mann, der Gefahr! Watchtower, ist das jemand, ich denke, das ist? You do not want to die today, lower your weapon. Sehr gut, verbrechen Sie. Watchtower, wass our play, over? Rater 1, die Reacts feel compromised. Heavy enemy QRF moving into the area. Mounted and dismounted packs. New tasking, your call sign complete is to move to the secondary exfil, over. Roger, your last, moving now. Interrogative, can you confirm the origin of these broadcasts, over. We have intel working on it now, just focus on the task at hand, out. Rater 2, move to grid 023-061. Will RV and set grid, out. Go. Kein Sprit. Oh, das sah so cool aus. Das einzige Fahrzeug. Das war nicht das einzige Fahrzeug, was die haben. Okay, move, move, move. Jetzt läuft der. Oh Gott, ich hätte die Donuts nicht essen sollen. Ich habe auch Kranade gehört. Ich habe auch Kranade gehört. Ja. Nee, Licht, links, bums. Links von uns. Schüsse oder Fahrzeuge aus unserer Richtung, wo wir hin wollen. Personen aus unserer Richtung. Positiv. Hilfe. Einer da. Ja, ist noch mehr. Am, am Chat. Granate aus. Guter Wurf. Weiß nicht, ob du das erwischt hast, weil der Wurf war hübsch. Der nächste. Oh, warte mal, ich kann die Tür öffnen, vielleicht hilft das was. Ah, naja. Der nimmt der mal noch. Ich glaube der ist down. Down. Sehr hübsch. Ich versuche meine Tür zu finden. Da. Och, dieses. Warte mal. Ich hasse das Magazin mit vier Schüssen in der Tasche zu. Da vorne haben wir noch mehrere Kontakte. Der ganze Squad läuft doch um. Oh, ja. Hübsch drum herum. Ja. Ähm. Auf der Straße mehr Fahrzeuge. Na, großartig. Bei uns die Straße. Fahrzeuge? Oh, ja. Das wird rückleuchten. Pick up. Ja. Oh, flares. Flares, pass auf. Oh, direkt bei uns. Direkte bei uns. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Ich kann gleich nicht mehr laufen. Ach. Fahrzeug an der Straße direkt. Äh, MRAP. Bei MRAP. Ne, ein Pack einer MRAP. Wir müssen links rum. Links runter zum Wald und dann. Okay. Roger, roger. Das liegt daran, dass wir links auch noch andere Kontakte dazu von uns haben. Ja. Ja. Das ist auch ein Fahrzeug. Also ich setze mir das Rückleuchten. Ja. Da sind auch noch Footmobels bei. Raider 2, be advised. We've commandeered a civilian truck for transport. PID your target tree. Watchtower, Raider 1, over. Send it. Vorsicht. What's going on, boss? I thought 1-4 went dark after Altus. Leave it, sergeant. I'll have a full debrief once you return, over. Raider 1, out. Raider 1, out. Watchtower, SIDREP. Raider 2 is in contact with the enemy now. Out. Huuh. Fahrzeug gang gedreht. Rote Flair. Technical. 100 meters, back. Was für Menge Soldaten da noch? Och tu scheiße, das sind ne Menge Leute. Get it moving. Nicht rennen. Sie machen das gleiche in Armo, oder? Man läuft immer weg. Fahrzeug bewegt sich in unsere Richtung. Hm. Vorsicht vor uns, wieder Fahrzeuge. Glaube ich. Ne, die Straße ist hier erstmal frei. Okay, warte, da kommt da grad ein Auto und das fährt garantiert allein. Oh, ich hätte grad so ein schönes Schussfeld. Ich nicht, ich liegt direkt hinter Muscheln. Aber das müsste gleich drehen und wenn das dreht, können wir über die Straße rüber vor uns. Ja. Ich hoffe, das dreht gleich. Wäre besser für ihn. Oh, shit, ey. Ja, dreht, dreht, dreht. Fertig. Los, 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 los. Direkt vor uns dann Soldaten. Nur rüber. Und hinlegen, 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 hinlegen. Direkt an der Straße hinlegen. Soldiers, 100 meters, front. Infantry, 100 meters, front. Oh, fuck. Oh, fuck. Nur krabbeln, nur krabbeln, wo bist du? Ich bin weiter hinter dir. Ah. Also noch weiter von den Weg, du bist näher dran. Ja, ich seh. Ja, ich seh. Fucking 300 meter noch, ey. Ich knie wieder. Bist du auch dauerhaft aus der Puste, oder liegt's an meinen Donuts? Äh, ne, wie. Ich bin nicht dauerhaft aus der Puste. Also ich bin immer direkt am Limit, sodass ich eigentlich fast nicht mehr rennen kann. Ähm, ich renne aber auch nicht, wirklich. Ich sehe Bewegung, Mann, 75 m, behind uns! Bis! Ich habe ein Visuelles. Soldiers, 100 m, zu der Reine! Hm. 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 ja aber das ist bloß kein ärger mehr kriegen 200 meter ja schlimmste jetzt wenn wir irgendwie kriegen und alle anderen davon natürlich warte mal kurz muss mich kurz erholen ich bin roten balken rennst du oder nein ich gehe ich fress nur zu viel er läuft den kompetent mit waffen nach vorne mit waffen nach vorne falls du das meinst wir bewegen sich von links siehst du die zwei oh ja die zwei sehe ich liegen und das ist nicht von uns kommen hier rüber in den wald sind auch gerade eher weniger von interesse das fahrzeug kommt ein bisschen nach mir gerade ich höre auch noch 110 meter ich ziemlich nackig aus und renne darüber hinter uns ist das fahrzeug an der straße gut ist ja weit genug entfernt jetzt habe ich auch links von uns gibt es ist nicht mehr zur straße oder wir haben direkt vor 1 von beiden ist es aber genau vor uns gehalten oder wenn da biegt ab 1 von beiden ich sehe die scheine genau vor uns die straße da sollen wir hin das ist nur da wo der bewaffnete picker und der fuchs ich glaube das ist vielleicht sogar unser truck meinst du der klatschig gleich eine mich zu erschrecken ich kann nicht schneller laufen drin aber zum apfelfeld das war jetzt nicht so erfolgreich ja truck how's the arm back there buddy it's like a mother fucker reicher pack it just got three of these on reading stuff what the fuck just happened this shit again hey 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 hold it there play that back you haven't told me everything have you it was unrelated to the task force not your concern looks like you just made it my concern major okay